Einen wunderschönen liebe Fatman's Group und willkommen zur vierten Nacht von FNAF. Wieso? Wieso dritte Nacht? Wieso? Habe ich die dritte Nacht noch nicht geschafft? Habe ich erst zwei Nächte geschafft? Oh mein Gott, ich war mir sicher, dass wir in der vierten Nacht sind. Na gut. Muss ich das Video nochmal angucken. Ich glaube, ich habe echt gedacht, wir waren in der vierten. Egal. Mir wurde auf jeden Fall gesagt, ich muss darauf achten, wenn es klopft. Dann rennt Foxy los, da muss ich sofort die linke Tür zumachen. Oder wenn er nicht mehr hinter dem Vorhang steht, da muss ich auch die linke Tür zumachen. Und ich soll viel weniger auf die Kameras gucken. Ich bin euch übrigens immer sehr dankbar für eure Kommentare, das hilft mir echt weiter. Und ich lese die auch immer gern durch. Jetzt habe ich doch Fußspuren gehört. Okay, Chica fehlt schon mal. Und Foxy fehlt. Wieso fehlt denn jetzt schon Foxy? Ah ne, da ist er. Da steht er da. Kann ich den noch auflassen? Wir probieren es einfach mal aus. Probieren wir es mal aus. Ne, aber das geht ja jetzt schon ganz anders los. Da waren wir echt das letzte Mal in der zweiten Nacht. Okay, ich lasse klopfen. Alles gut. Alles gut. Okay, also ich werde viel sparsamer, was die Kamera angeht. Da darf ich nicht so oft drauf gucken. Jetzt war er weg. Okay, und ich glaube, Foxy kann nur von links kommen. Okay, es ist zu. Du kannst mir ja nichts. Ist der jetzt noch da? Oder geht der dann weg? Jetzt müsste er wieder hinterm Vorhang. Okay, okay. Okay, ich verstehe es. Ich verstehe es. Easy, Leute. Das kriegen wir hin. Ja, da machen wir mal zu. Und dann kann man am Schatten sehen. Ah ja, da sieht man ja, ob er noch steht. Und bei Bonnie kann man es am Schatten sehen, ob er noch da ist. Hab ich gehört. Ja, er ist wieder draußen. Man hört es angeblich, wenn der losrennt. Oh, es ist erst eins. Diese Nächte dauern so unglaublich lang. 70% haben wir noch. Ah, das ist alles easy, Leute. Schaut gut aus. Zumachen. Haha. Ausgedrickst. Jetzt ist er wieder hinterm Vorhang. Der Vorhang ist zu. Das heißt, wir können aufmachen. Oder? Heißt das, wir können ausmachen, wenn der Vorhang zu ist? Ja, ich glaube, Foxy ist damit durch. Wo ist Chica? Da. Okay. Es sieht gerade sehr gut aus. Aber wir haben bloß noch 54% Akku. Das ist nicht viel. Bonny ist aber nicht am Start. Chica. Chica. Wo ist Chica? Scheiße. Scheiße, wo ist Chica? Ach, Mist. Nein, nein. Da ist er. Okay. Der Vorhang ist zu. Ich glaube, der Vorhang bleibt zu. Ich glaube, der Vorhang geht jetzt nicht mehr auf. Dann konzentrieren wir uns jetzt lieber auf Chica. Und Bonny ist ja... Oh, oh. Und Bonny ist ja... Ist ja sogar noch oben bei Freddy. Am Stüssel. Oh Gott, diese Geräusche. Das ist drei. Also zeitlich... Schaut es nicht schlecht aus. Der einzige, der mir Sorgen macht, ist Chica. Wo ist Chica? Wo ist Chica? Wo ist Chica? Was war das für ein Geräusch, bitte? Wann hältst du das aus? What the fuck? Boah, wir müssten Akku sparen. Das schaut nicht gut aus. Ist der Vorhang noch zu? Ah, schau offen. Okay, aber er ist ja noch da. Boah, ich war echt spaßsam. Kaum kann man das genutzt. Und wir haben noch 30 Prozent. Um 4 Uhr. Aber warum? Oh, oh, ich höre was. Das ist 4. Jetzt ist mein Scheiß-Headset-Akku leer. Scheiße. Nein, mach das Licht aus. Okay, Foxy ist wieder hinterm Vorhang. Gut. Schau auf. Bonnie ist, glaube ich, immer noch... Ne. Oh, Bonnie und Freddy sind weg. Boah, Freddy war noch nie weg. Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare dann, was ich mit Freddy machen will. Wir haben nur noch 11 Prozent. Es ist 5 Uhr. Äh, 4 Uhr. Ach, du Scheiße. Hey, Leute, ich war doch echt sparsam. Erzähl mir doch nichts. Ja, jetzt kann ich nichts mehr machen. Jetzt müssen wir warten und hoffen. Jetzt können wir nur noch hoffen. Ich darf anscheinend wirklich die Lichter auch nicht so oft anmachen. Oh Gott, hört die das? Naja, geht schon nicht mehr. Das war's. Verdammt. 5. Ich trau mich jetzt gar nicht trinken, nicht, dass gleich ein Jumpscare kommt. Vielleicht geht's ja. 4 Prozent? Ne, das passt zeitlich schon gar nicht. 3. Kann ich das Licht nicht auch noch ausmachen? 2 Prozent? Oh Gott. Oh Gott, wird doch 6 Uhr. Bitte, wird 6 Uhr. Oh Gott, ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt ist es doch bestimmt 6. Oh Mann. Oh mein Gott, wir haben's geschafft. Was? Was? Es war Foxy und Bonny waren da und ich hab's trotzdem geschafft. Ehre Allah. Okay. So. Dann schauen wir uns die vierte noch kurz an. Ich werde es jetzt so übertreiben mit dem Spaß am Sein. Das könnt ihr euch alles gar nicht vorstellen. Ich muss mein Headset anstecken. Mann ey. Was ist denn die Kabel sind denn da? Oh, oh. Hey. Hey, wow. Oh, Anruf. Das macht mich wahnsinnig. So. Okay. Jetzt bin ich am Stüssel. Oh mein Gott, wie kann sich denn das so überschneiden? Wir probieren jetzt die vierte Nacht noch. Und wir merken uns, wir werden, wir müssen viel mehr Strom sparen. Lieber scheitern wir hier und da und werden gejumpscared, aber wir müssen Strom sparen. Wie viele Nächte sind es? Five Nights at Freddy's. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es fünf sind. Was ist das für eine saudumme Frage, Alter? So, jetzt wird gechillt. Und zwar richtig. Ich stelle die Cam schon mal auf Foxy. Dann brauchen wir bloß einmal kurz drauf gucken und das Licht lassen wir aus. Oh, das kommt jetzt schon. Aber da wissen wir immer noch nicht, was das heißt. Da wurde letztes Mal auch in den Kommentaren drüber gerätselt. Wenn ihr wisst, was das bedeutet, bitte Info. So, wir chillen. Wir chillen jetzt richtig lange. Die Lichter benutze ich jetzt erstmal gar nicht. Wir gucken bloß hier und da auf die Cam. Wir gucken Foxy. Bonnie, ganz ehrlich, Bonnie leuchten hier die Augen. Nach dem muss ich eigentlich auch nicht gucken. Die Frage ist Chica, ob Chica von rechts kommt. Okay, aber er ist noch da. Wer ist noch da? Jetzt kommt er, glaube ich. Ja, ich hab's gehört. Tatsächlich hört man das. Tatsächlich hört man das. Das ist cool. Okay, und wenn er geklopft hat, gucken wir auch nicht auf die Cam. Da hab ich ja immer gleich nachgeschaut, ob er wieder hinterm Vorhang ist. Das lassen wir jetzt auch weg. Hier guckt man bloß manchmal, ob Chica dasteht. Bonnie sehen wir ja sowieso, wenn er kommt. Ja, so machen wir das jetzt. So ziehen wir die ganze Nacht durch. Jetzt ist es eins, fast zwei und wir sind bei 80%. Das ist gut. Okay, er ist schon wieder draußen. Ah, ich höre ihn, ich höre ihn. Nein, ich höre ihn nicht. Hä? Ganz leise. Ganz leise. Ganz leise, wenn er höher ist, wenn er läuft. So geht's. Ja, ich muss einfach echt viel sparsamer sein. Das ist... Scheiße. Aber jetzt kommt er auch nicht. Also er klopft nicht. Das heißt, ich muss nochmal gucken, dass ich ihn da laufen sehe. Und dann kommt er erst. Das ist halt scheiße. Das kostet wieder nur unnötig Akku. 62%. Aber es ist eins, äh, zwei Uhr schon. Also wir stehen gerade gut im Schuh. Jetzt sind wir Cam wieder auf Foxy. Und nach Chica und Bonnie haben wir jetzt gar nicht geguckt. Müssen wir aber eigentlich auch nicht. Und wäre auch noch ein bisschen interessant, dass es Freddy ist. Also es war jetzt in der Nacht davor das erste Mal, dass Freddy weg war. Ich weiß nicht, ähm... Fliesen schauen da so komisch aus. Ähm... Ich weiß halt nicht, wie Freddy reagiert. Bonnie ist easy. Bonnie, ähm, steht ja erstmal hier nur rum. Okay. So, wie dazu. Und jetzt kann ich das im Schatten sehen, ob der noch da ist oder wie. Okay. Jetzt würde ich zum Beispiel auf die Kamera schauen und ob Foxy losrennt. Aber die Tür ist eh zu. Also brauche ich nach Foxy gar nicht schauen. Und das sind so Sachen, das muss ich mir angewöhnen, dass ich da... Okay, er kommt. Okay, hier und da muss ich vielleicht auch nach Chica schauen. Ach, hör mir doch auf, Leute. Eieiei, okay. Ja, Leute, war es für diese Woche. Wir haben die dritte Nacht geschafft, wo ich eigentlich dachte, haben wir schon geschafft. Fast die vierte geschafft. Aber die vierte schaffen wir safe die nächste Woche und gucken uns dann die fünfte an. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich hoffe, ihr gebt mir wieder fleißig Tipps in den Kommentaren. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin. Bis dahin.